Wenn die Würfel fallen, wie die Würfel fallen, hab keine Angst, bleib einfach ruhig. Du bist nicht allein, du hast die Crew dabei, jetzt heißt es Augen zu und durch. In dieser Ausgabe unserer Spielleitungstipps für What Worlds and How to Use Them geht es um Heists. Heists sind ein bisschen eine besondere und auch eine Masterclass, was das Rollenspiel angeht. Heists generell, ich glaube die meisten von euch wissen, was das ist, aber ganz kurz, da geht es darum, dass man irgendwo eindringt, etwas tut, möglichst unbemerkt, etwas klaut, etwas hinbringt, Informationen austauscht, jemanden rausholt und dann möglichst auch wieder entkommt, ohne dass das schief geht. Heists setzen also weniger darauf, sich irgendwo durchzukloppen und einen Dungeon auszubauen. Heists setzen darauf, dass man mit Trickserei, mit Heimlichkeit, mit Glück und mit sozialer Fähigkeit und Eloquenz sich in etwas reinarbeitet und wieder rausarbeitet und sich dabei am Ende dann auf die Schulter klopfen kann, wie schlau man war und wie geschickt das alles abgegangen ist. Möglichst während dem Hintergrund lose Jazzmusik läuft oder so etwas. Das ist der klassische Heist. Ist auch so ein bisschen so die Gentleman-Diebessache, Ocean's Eleven, ein moderner Klassiker dieses Genres. Ich glaube, wir haben uns alle orientiert, worum es da geht. Aber im Rollenspiel stellen Heists eine besondere Herausforderung dar, die man sich sehr leicht vor Augen führen kann, wenn man sich anschaut, wie Heists üblicherweise filmisch umgesetzt werden. Meistens haben wir da nämlich zum Beispiel, wenn die Leute anfangen zu planen, dass sie gleichzeitig erzählen und das aus dem Off, während wir schon sehen, wie das Ganze umgesetzt wird oder wie die Leute die Planung machen, dabei basteln, sich dann anschauen, wenn etwas schief geht und dann die Planung nochmal ändern. Ein Heist besteht nämlich immer daraus, dass man erstmal rausfindet, wo wollen wir hin, was genau wollen wir machen, welche Informationen können wir dazu kriegen, wen können wir erpressen, wen können wir anrufen, können wir Gegenstände reinschmuggeln, wie können wir Kontakt mit Leuten aufnehmen und dann die eigentliche Umsetzung. Und die Planung kann sich lange hinziehen und die Planung kann auch umständlich und langweilig sein, weil man versucht, sie hundertprozentig wasserfest zu machen. Und wenn die Umsetzung dann perfekt läuft, weil die Planung so lange gedauert hat und alles wasserfest ist, ist sie irgendwie langweilig, weil wir zweimal im Grunde das Gleiche machen. Einmal durchsprechen, wie es passiert und dann durchsprechen, wie es passiert, weil wir es im Rollenspiel uns gegenseitig erzählen. Wenn man lange geplant hat und dann fängt der Heist tatsächlich an und dann gehen Dinge schief, sind wiederum Spielende manchmal vergrätzt, weil sie haben doch alles wasserdicht gemacht, warum kann das jetzt nicht einfach mal funktionieren. Das ist auch bekannt als das Shadowrun-Dilemma, ein Rollenspiel, das sehr stark auf diese Art von Abenteuern sitzt, auf dem Run, wie es da heißt, und das chronisch daran leidet, dass Leute tagelang spielen, wie sie etwas planen, aber am Ende dann trotzdem einfach alles zusammenschließen. Heute soll es darum gehen, wie können wir dafür sorgen, dass sowohl die Planung als auch die Umsetzung Spaß machen und dass auch Dinge abweichen können davon, wie es geplant war und es trotzdem Spaß macht und niemand hinterher den anderen bös ist. Und dafür als erstes eine Grundlage und die ist Vertrauen. Das ist noch keiner von den fünf Tipps, die ich euch an den Kopf werfen will, sondern das ist etwas, was ihr mit der Runde generell aufbauen müsst, wenn ihr diese Art von Abenteuern spielen wollt. Nämlich Vertrauen von euch als Spielleitung gegenüber den Spielenden, dass die nicht versuchen werden, alles kaputt zu machen, was ihr vorbereitet habt, denn ihr werdet recht viel vorbereiten müssen, dazu später mehr. Andersrum Vertrauen von euren Spielenden an euch, dass ihr nicht zuhört, wie sie planen, dabei die ganze Zeit macht und euch nur notiert, wie ihr ihre Pläne wieder zunichte machen könnt, damit es am Ende noch spannend bleibt und dass es auf jeden Fall für sie möglich sein wird, Erfolg zu haben, auch wenn sie zwischendurch versagen. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch da gegenseitig die Hand reicht und euch versprecht, hey, wir werden alle gemeinsam Spaß haben, wir werden versuchen, nicht uns gegenseitig zu verärgern, dass wir Dinge spontan machen, dass Dinge schief gehen, dass wir zwischendurch auch mal ein bisschen verzweifelt sind. In Character, das gehört dazu, das gehört zum Spaß und das ist nichts, was wir uns gegenseitig übernehmen. Vielleicht habt ihr eine Runde, in der das selbstverständlich ist und ihr habt jetzt die ganze Zeit euch gefragt, warum ich darüber mit euch rede, aber glaubt mir, es ist nicht selbstverständlich, ich habe selber genügend Runden geleitet, ich war selber Spielerinnen genügend Runden, wo dieses Grundvertrauen nicht da war. Speziell bei Shadowrun wird das Ganze oft zu einem wahren Wettrüsten zwischen den Spielenden und der Spielleitung, um irgendwann mit möglichst vielen Explosionen, mit möglichst vielen Sicherheitsmaßnahmen, mit Hacking und sonst irgendetwas alles und ferngesteuerten Drohnen gegenzuhalten, gegen die Pläne des jeweils anderen. Und das ist vielleicht der Sinn von Shadowrun zumindest, so wie es manche Leute spielen, aber das ist für mich nicht der Sinn eines unterhaltsamen Heist-Abenteuers. Kommen wir zu den Tipps. Wie können wir das dann jetzt umsetzen? Wir haben die Vertrauensbasis geschaffen. Wie können wir dafür sorgen, dass das Spaß macht, wir uns nicht ewig an Dingen aufhalten und dass das Ganze am Ende sauber läuft und vielleicht ein bisschen unterhaltsamer Jazz im Hintergrund läuft, es sei denn, ihr hasst Jazz, was angemessen ist für viele Leute. Erstens, kürzt die Vorbereitung ab. Ich weiß, das tut weh, vor allen Dingen die Spielenden. Die wollen vorbereitet sein, die wollen Sicherheit, aber kürzt sie ab oder lasst sie vielleicht sogar ganz weg. Wie macht ihr das? Die Charaktere werden sicher vorbereitet haben. Warum spielen wir das dann nicht aus? Macht daraus ein Punktekonto und Flashbacks. Sagt den Leuten, ihr dürft so und so oft mal während des Eigentlichen heißt sagen, aber ich habe doch diesen Gegenstand eingepackt, habe das doch vorbereitet und mit der Person gesprochen, ich habe doch das hineinschmuggeln lassen oder ich habe diese Information mir genau vorher schon rausgesucht. Damit können sie abbilden, wie gut vorbereitet ihre Figur ist, ohne das vorher stundenlang abgeklopft zu haben. Gebt ihnen diese Freiheit und ermutigt sie auch, sie für weirde Dinge zu nutzen. Es kann vollkommen angemessen sein, dass jemand sagt, also ich hätte nicht gedacht, dass wir es brauchen, aber ich habe dieses Erdnussbutter-Sandwich eingepackt und den Typen da hinten, den habe ich vor zwei Wochen bei einem anderen Auftrag gesehen und ich weiß, dass der extrem allergisch gegen Erdnüsse ist. Und so dann auch tatsächlich Zufall in dieses Vorbereitungskonto mit einfließen zu lassen. Zweitens, nutzt Flashbacks. Wenn Leute sagen, oh, darüber haben wir doch sicher gesprochen, was haben wir denn da gesagt? Dann sagt, ja, was habt ihr darüber gesagt? Ihr erinnert euch, dass als ihr euch getroffen habt, es war der zweite Tag der Vorbereitung, ihr hattet alle einen leichten Kater und vor euch einen Kaffee stehen und habt das fünfte Mal auf diesen Teil der Karte geschaut. Und dann hat XY gefragt, wie zur Hölle sollen wir das machen? Und dann spielt ihr diese kleine Szene der Vorbereitung aus, packt diese eigentlich in der Zeit vorher gespielte Szene, die wichtig ist dafür, wie es weitergeht, genau an diesen Punkt der Erzählung rein, haltet sie auch knapp, lasst das nicht ausufern, brecht dann den Punkt ab, wo irgendjemand einen schlauen Vorschlag gemacht hat und den anderen sagt, ich glaube, das könnte funktionieren und macht dann mit diesem Vorschlag tatsächlich weiter. Das ist mein Tipp. Nummer eins, Cutten an andere Orte verteilen als Punktekonto abstrahieren. Spart euch unglaublich viel Zeit und Ärger. Tipp Nummer zwei, Die Spielenden müssen sich nicht ewig vorbereiten, ihr aber schon. Heißt, funktionieren am besten, ich will nicht sagen nur, aber definitiv am besten, wenn ihr einen genauen Plan von dem Ort habt, an dem er stattfindet, von den Leuten, die dort vor Ort sind oder dazukommen können und von dem zeitlichen Ablauf dessen, was dort ohne Einfluss der Spielenden passieren wird. Macht euch einen Plan, macht euch Notizen dazu, was sind das für Räume oder was sind das für Anlagen, Orte, Gebäude, schreibt euch auf, wer wo ist und macht euch einen Zeitplan, was zu welcher Uhrzeit geschehen wird. Meistens finden heißt sie auch im Rahmen von größeren Veranstaltungen statt, einer Gala, einer Party, eines Flugs, eines Tauchgangs, was weiß ich und die werden einen Zeitablauf haben, wann was passieren muss oder wann verschiedene Tagesordnungspunkte ausgerufen werden, wann das Buffet eröffnet wird. Macht euch genau diesen Plan und setzt ihn so lange um, wie es Sinn macht, bis die Spielenden eingreifen und dann Dinge an diesem Plan verändern. Aber habt ihn vorher. Gleichzeitig seid euch nicht zu fein und zögert auch nicht, Teile davon über Bord zu werfen, wenn sie dem Geschehen in die Quere kommen, wenn die Leute keine Lösung für eine Herausforderung finden und dergleichen. Dazu kommen wir später mehr. Kommt später mehr. Auf jeden Fall keine Angst vor Improvisation haben. Tipp 3. Planet selber mindestens drei gute Wege, wie das Ziel erreicht werden kann. Drei gute, unterschiedliche Wege. Und überlegt euch auch, wie es überhaupt dazu kommen kann, diese Schwachpunkte oder diese Reihe von Schwachpunkten existieren. Denn ja, jemand mag gute Security angeheuert haben, ein Gebäude mag mit vielen Gittern und Gegenmaßnahmen gegen Einbrecher gesichert sein. Aber es gibt immer eine Möglichkeit, warum irgendwo eine Sicherheitslücke ist. Das kann sein, weil jemand Kosten gespart hat, der das Ding gebaut hat. Das kann sein, weil es Pfusch gab oder Sabotageabsichtliche. Das kann sein, weil jemand eine Fähigkeit, einen Gegenstand oder Hilfe mitbringt, mit der einfach niemand gerechnet hat. Oder das kann sein, weil die Leute an eine Information gekommen sind, von der alle Leute ausgingen, dass sie auf keinen Fall weitererzählt wird. Das ist, wie der Todesstern Nummer eins vernichtet werden konnte, weil erstens es Sabotage am Bau gab, zweitens man Informationen hatte über eine Schwachstelle, von der niemand gerechnet hat, dass sie rauskommen würde. Drittens, weil Space Wizards eine Sache waren, mit der niemand gerechnet hat. Und Pfusch am Bau oder Kosten gespart, kann ich jetzt nicht nachweisen, ist aber auch möglich bei einer so großen Station. Tipp Nummer vier. Streut in das Setting auch unbekannte Verbündete oder Gegner ein, um das Ganze irgendwie aufzumischen. Unbekannte Verbündete, also mit denen man nicht rechnet, kann zum Beispiel ein vergraulter Bodyguard sein, wo man miterlebt, dass der von seinem Chef zusammengeschissen wird und dann vielleicht bereit ist, wenn man sich ihm gegenüber mitfühlen erweist, ein oder zwei Informationen irgendwie durchsickern zu lassen. Das kann sein, dass man überraschend politisch Gleichgesinnte findet, die ein verstecktes Zeichen, das man mit sich trägt, erkennen. Ich habe zum Beispiel bei einem Cthulhu-Abenteuer, das in den 20er Jahren in Berlin spielte, eingestreut, dass auf der Party auch ein anderer überzeugter Kommunist war, während wir einen überzeugten Kommunisten unter den Spielenden hatten und die dann quasi regelrecht beim Erklingen der Internationale, als ihre Blicke sich begegneten, beschlossen haben, dass sie sich gegenseitig unterstützen werden, egal was kommt. Oder dass auch jemand vielleicht einfach eine Schwäche für einen bestimmten Spielercharakter hat, weil da Mitgefühl herrscht, weil sie derselben Spezies angehören, weil sie ähnliche Erlebnisse haben oder einfach, weil man mit ihnen flirtet. Sorgt dafür, dass man immer auch noch eine überraschende Schwachstelle oder Verbindete findet oder wenn es zu gut läuft oder zu schnell läuft, dann gibt es vielleicht noch jemanden, der Ärger macht, wo man nicht gerechnet hat, weil jemand betrunken Streit mit den Leuten anzettelt und droht, alles aufliegen zu lassen, nur weil jemand auf einmal die Stimme erhebt zum Beispiel. Tipp Nummer 5. Es geht immer noch was anderes vor, als nur der Heist. Der Klassiker ist, dass ein anderes Team, was das Gleiche versucht und man mit denen dann auf einmal in Konkurrenz steht. Aber es kann auch sein, dass es zum Beispiel technische Schwierigkeiten gibt und dann ist der Strom zu einem Rechner, den man hacken muss, auf einmal unterbrochen. Oder das Funksystem, das man mitgebracht hat, wird gestört, weil es in der Nähe einen Hobbyfunker gibt. Oder dass es tatsächlich einfach einen Umwelteinfluss gibt und man den geplanten Fluchtweg nicht nutzen kann, weil es hagelt wie Sau. Oder weil es so kalt ist, dass man auf keinen Fall mit der Ausrüstung, die man dabei hat, noch rausschwimmen kann oder unter Wasser sich absetzen. Und das sorgt dafür, dass auch wenn der Plan hervorragend ist und wenn ihr euch alles vorbereitet habt, auf jeden Fall man irgendwie immer noch diese Leichtigkeit und dass man muss auf seinen Zehenspitzen um den Plot herumtänzeln und immer bereit sein, sich anzupassen, in den Plot hineinkommt, was für mich das Genre heißt, auf jeden Fall ausmacht. Es immer etwas Überraschendes geboten wird für die Charaktere, sowie auch die Zuschauenden, wenn wir es in einem Film haben und in dem Fall eben sowohl für die Charaktere als auch für die Spielenden, weil man ja immer zwei Ebenen bedient als Spielleitung. Zu guter Letzt, jeder Heist kann am Ende auch einfach in eine wilde Schießerei, in eine Verfolgungsjagd, in eine Geiselnahme oder in ein plötzliches Aufgeben des Plans, weil man feststellt, dass das moralisch nicht mehr vertretbar ist, übergehen. Das ist vollkommen okay. Werft im Notfall irgendwo in der Mitte den Heist über Bord und spielt was anderes. Seid immer bereit, euch daran anzupassen, was die Spielenden machen und was euch gerade in dem Moment Spaß macht. Eure Vorbereitung wird nie verschwendet sein, ihr werdet irgendwann dieselben Aspekte für irgendetwas anderes verwenden können. Also do it! Probiert es aus, beweist Mut und springt einfach mal ins kalte Wasser. Solange ihr die Tauchausrüstung dafür habt. Ich bin jetzt irgendwie noch an dem letzten Beispiel davon, dass man nicht entkommen kann, weil es zu kalt ist, hängen geblieben. Entschuldigung! Aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Das waren meine Tipps zu Heist. Die sind ein bisschen ein Pet-Pee von mir. Ich habe lange daran gefeilt, dasselbe richtig hinzukriegen, weil ich so frustriert war mit vielen Shadowrun-Runden, die ich geleitet habe oder in denen ich mitgespielt habe. Und ich glaube, langsam habe ich selber eine ganz gute Formel dafür raus. Und wenn dann der Moment kommt, wo ihr zum Beispiel den Leuten beschreibt, dass sie gerade ihre ID durchgezogen haben, die Bestätigung bekommen, dass der Hack funktioniert hat und dann im Fahrstuhl stehen, um in das Ultra-Luxus-Zeppelin-Konstrukt hochzufahren, wo sie eine Person rausklauen sollen, ohne dass deren Arbeitgeber das merkt. Und dann einer von den Spielen in den All ins kalte Wasser geworfen, sich zurücklehnt und sagt, mein Charakter schaut sich um und fragt dann die anderen, wie zur Hölle sind wir hier nur reingerutscht? Und dann könnt ihr auf diesen unabgesprochenen Q den Flashback spielen, um das zu erklären. Beste Momente. Und genau das ist passiert, als wir zum Beispiel den einen Heist gespielt haben mit Cyberpunk. Es geht, liebe Leute. Probiert es aus. Es kann irrsinnig viel Spaß machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß bei all den Einbrüchen, Entführungen, Inceptions oder was auch immer ihr in Zukunft vorhabt. Bis dann und macht's gut. Und wir haben auch eine ganze Playlist mit weiteren Videos mit Tipps für Spielleitungen, aber auch für Mitspielende. Wir haben eine Playlist mit Tipps zu Worldbuilding und wir haben eine spezifisch zu SL-Tipps für Dungeons & Dragons. Schaut also rein, wenn ihr noch ein bisschen mehr Futter braucht oder wollt für zukünftige Runden. Bis dann. Tschüss.